Ihr Lieben, ich bin hier gerade so voller Euphorie und Lebensfreude, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich betreibe ja nicht umsonst den Lebensfreude-Blog. Und ja, ich möchte euch gerne gerade in dieser bewickten Zeit, in dieser für viele anstrengenden Zeit, weil sie noch nicht so richtig wissen, wo sie hingehören und wo ihr Platz ist, gerade mit euch möchte ich so meine Freude und mein Glück und meine Zufriedenheit teilen. Und ich möchte euch gerne einladen und animieren, Teil dieses Glücks und dieser Zufriedenheit zu sein. Denn ich bin davon zu 100 Prozent überzeugt, wir sind alle auf diesem Planeten, um glücklich und zufrieden zu sein. Und um unseren eigenen Platz auch zu finden, unseren Platz, der uns gut tut und wo wir uns gewertschätzt und gesehen und geliebt fühlen und der uns selber auch Spaß und Freude macht. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Und mein Unternehmen heißt nicht umsonst Unikat, das Heike Räuschner, weil ich einfach für das Unikat, was in dir selber, nee, alles gut, ich koche wieder mal, nebenbei, weil ich für dieses Unikat stehe, was in dir selber lebt. Das Unikat, was du für dich herausfiltern darfst in deiner Kindererziehung, wie Kindererziehung für dich schön ist, wie sie Spaß macht, wie sie für dich glücklich und zufrieden ist, damit du sagst, ey, läuft bei mir zu Hause mit meinem Kind, flutscht, einfach so, wie ich es in meinem letzten Post geschrieben habe. Und dass du deinen eigenen Platz in deinem Leben findest, dass du sagen, ey, mein Leben fetzt, ist total schön. Und dasselbe halt auch in der Liebe, dass du den Partner findest mit den Werten, die zu dir passen und wo du sagen kannst, ey, meine Beziehung, da ist Pepp drin, da ist Leichtigkeit drin und die macht Spaß und die ist einfach. Genau und dasselbe geht halt, sag ich mal, für dich selber, dass du bis an dein Lebensende, bis ans hohe Alter gesund bist, dass du schön bist, dass du das ausstretzt, dass du so aussiehst. Warte mal. Nicht, dass mir was anbrennt. Und dass du auch den Job machst, der dir Spaß macht, wo du dich aufgehoben fühlst und wo du sagst, hey, hier kriege ich vielleicht als alleinerziehende Mami mein Privatleben mit meinem Kind und alles, was so ringsherum noch in meinem Leben gebaut werden muss, kriege ich mit diesem Job richtig gut hin. Und dafür stehe ich mit meinem Unternehmen Unikat des Heike Räuschner als Unikat für dich, als das Unikat, was du auf diese Welt bringen möchtest und als der Mensch, der dir zeigt und zeigen kann, wie man hochsensible Kinder leichter zieht, wie du als hochsensible Frau dein Leben leichter gestalten kannst, wie du im Job, sag ich mal, im leichten Job machen kannst und wie du gesund und, ja, schön und auch sexy, sag ich mal, Eltern werden kannst. Ich musste vieles in meinem Leben lernen. Ich musste durch viele Gewitter durchgehen, aber all diese Gewitter haben mich all das gelehrt, was ich heute dir weitergeben kann, damit du die Abkürzung nimmst in deinem Leben, damit du nicht erst durch diese Stolpersteine durchmarschieren musst, sondern damit du von vornherein all das ganz entspannt durchlaufen kannst. Und wenn ich dich mit meinem Video jetzt animiere und wenn du der Meinung bist, hey, Heike ist eine Ansprechpartnerin für mich und die könnte diejenige sein, die mich jetzt durch mein Gewitter begleitet in dieser bewegten Zeit, damit ich das finde, was jetzt für mich wichtig und richtig ist, dann freue ich mich auf dich, dann buche ich mein erstes, mein Erstgespräch, ein Erstgespräch mit mir, so würde ich sagen, über 20 Minuten, so wirklich einem kleinen Geld und lass uns gucken, wie wir da wirklich an deine Bereiche gehen können und wo wir deine Stellschrung ein bisschen verändern können. Verändern können, genau. Und damit grüße ich dich und hast ganz viel Sonne und Liebe in dein Herz hinein. Ich freue mich auf dich, ich freue mich, dich kennenzulernen, ich freue mich, mit dir einen Weg zu gehen und wenn du sagen kannst, hey, Kinder als jung ist so geil und so leicht, wie Heike gesagt hat, mein Leben ist total entspannt geworden, mit dem Job, das passt alles gut, ich sehe immer jünger aus, ich sehe immer schöner aus und Liebe habe ich endlich das gefunden, was ich schon immer gesucht habe. Das wünsche ich dir aus tiefen, tiefen Herzen und ich bin gerne die Wegbegleitung für dich. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Alle Kontaktdaten hier unten unter dem Video und deine Heike.